Herzlich Willkommen zur Detektiv-Conan Leibesvisitation. Hier sind Tim und Kim. In diesem Podcast analysieren wir die Folgen 15 und 16. Es gibt immer nur eine Wahrheit und wir finden sie. Eine mörderische Zahl Folge 15 Eine mörderische Zahl Originaltitel Der Fall der rätselhaften Nachricht des Scharfschützen Und ja, auch hier bin ich ein bisschen abgewischen von der holprigen Übersetzung von Conan-Wiki, weil die haben zum Beschuss statt des Scharfschützen geschrieben und das fand ich klang einfach doof. Hallo meine durchgeknallten Unterkurs, hier spricht mein weit weniger übersteuertes Ich aus der Zukunft mal wieder. Ja, wir sind da einem Fehler im Conan-Wiki auf den Leim gegangen und deshalb werde ich den nachfolgenden Abschnitt um einiges umändern müssen, Einiges rausschneiden müssen, einiges rauslassen müssen, weil es dann dementsprechend keinen Sinn ergeben hat. Ich habe dann da gedacht, dass diese Folge hier zu einem anderen Datum in Japan erst ausgestrahlt wurde, Als das Datum, was in der Folge selbst ist, aber tatsächlich ist es ja so, die Ereignisse dieser Episode finden vom 27. bis 29. April statt. Also am 29. April ist dann eben das geplante Attentat, das Conan ja vereiteln kann. Und genau am 29. April 1996 wurde diese Folge auch in Japan erst ausgestrahlt. Im Conan-Wiki steht halt 13. Mai, aber das ist schlichtweg falsch und wie gesagt, deshalb werde ich jetzt einige von den Sachen, die ich dann noch gesagt habe, weil ich einfach dieser falschen Annahme dann auf den Leim gegangen bin, jetzt rausschneiden, damit ihr euch jetzt nicht irgendeine Grütze anhören müsst, die gar nicht stimmt. Und an der Stelle übergebe ich wieder an mein Vergangenheits-Ich. Ich habe mir auch extra mal notiert, an welchem Wochentag das eigentlich immer gewesen ist. Und zwar lief Detektiv Conan immer montags um 19 Uhr in Japan. Und dann habe ich mir auch mal angeguckt in Deutschland, wie das da halt gewesen ist am Anfang. Da lief diese Folge am 30. April 2002 und in Deutschland wurde die Serie ja von montags bis freitags um 16.30 Uhr ausgestrahlt. Ganz am Anfang. Ja, das gab es in so einem Fakt. Eyecatcher kommt an der Stelle, nachdem Conan alleine in der Detektei nachts über dem Zettel mit dem Zahlencode brütet und unmittelbar bevor Megurei Kogoro ran und die Detektiv-Boys im Bus auf die Ankunft des Scharfschützen warten. Episodenbeschreibung. Die Detektiv-Boys angeln am Fluss. Wobei die gar keine Angeln hatten. Also sie haben ja echt so mit den Händen im Wasser rumgewühlt. Sie kechern am Bus. Ja. Sie kechern am Bus. Ja. Am was? Was sagst du da die ganze Zeit? Bus, Busch, Fluss meinst du? Ja. Am Fluss. Das ist auch so ein Bus-Busch. Sie beobachten... Oh, Waffengewalt. Als sie einen Taschenrechner, auf dem die Zahl 3135134162 eingegeben worden ist, finden, benachrichtigen sie Inspektor Megurei, der tut die Sache zunächst ab. Mit Onkel in Anführungszeichen Kogoro unternehmen unsere hartnäckigen Freunde daraufhin selbst etwas. Allen ist klar, dass die Zahlen auf ein Verbrechen hinweisen, aber entschlüsselt wird das ganze Rätsel wie immer von Conan. Ja, wie handlungsrelevant ist die Episode? Da habe ich mir aufgeschrieben, dies ist die erste Episode, die keinerlei Relevanz für den weiteren Verlauf der Geschichte hat. Und tatsächlich... Ja. Und tatsächlich auch eine Füller-Folge. Also hier gibt es keine Manga-Vorlage für. Achso, als Unterschied zur japanischen Fassung. Klar, also Manga gibt es hier nichts zu vergleichen. Kam im Manga nicht vor. Im Vergleich zur japanischen Fassung, bei der Vorschau steht in der japanischen Fassung mit im Bild Next Conan's hint gleich im Anschluss. Was ich halt insofern interessant finde, weil sie die Zeitangabe rausgenommen haben. Also dieses in 60 Sekunden kommt Conan's hint. Ach, ja. Deshalb habe ich das extra nochmal aufgeschrieben. Und sonst ist mir jetzt nichts aufgefallen, was halt anders war. Also ich habe jetzt auch nicht beide Fassungen geguckt, bin ich ganz ehrlich. Aber, ja. Es ist ein Filler, Leute. Deal with it. Da reiße ich mir jetzt nicht beide Arme und Beine aus, um irgendwas Tolles zu finden. Ja, ich habe das jetzt mal zusammengefasst als ein Punkt. Logik, Fehler und Anmerkungen. Also, wenn du irgendwas random hast, dann raus damit. Ah, du wolltest mir doch erzählen, dass Sebastian dich so zum Lachen gebracht hat mit seinen Anmerkungen zu der Folge. Ja, wir haben die Folge so geguckt. Ganz am Anfang schon. Mitsuhiko sagt einer Aussage, die null Sinn ergibt. Da hat der Con mit dem Kecher Fische gefangen und sagt, juhu, ich hab's. Und dann sagt er irgendwie, ja, du glaubst, du hast sie gehabt oder so irgendwas. Obwohl er ja Fische hat. Hm. Macht überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich so gemeint gehabt, weil sie sehen ja das Boot. Die hören den Schuss. Und der Con holt dann einfach so ein Fernglas aus seiner Jacke raus und guckt. Dann habe ich zum Sebastian so gesagt gehabt, juhu, als ob der die sehen kann. So gute Ferngläser gibt's gar nicht. Dann hat er gemeint gehabt, ja, wieso denn? Das ist doch maximal ein Kilometer. Ich sage, ja, die sind doch dann schweineteuer. Dann hat er gemeint gehabt, ja, du musst dir mal überlegen. Das sind doch alles Bonsenkinder. Die haben alle viel zu viel Geld, deswegen schieben die Eltern sie auch ständig irgendwo ab. Und außerdem hat der Con ja auch sein Lovely, wie hat er genannt, Sugar Daddy von Agassar, der ihnen alles baut, was er sich wünscht. Ich wollte gerade sagen... Wahrscheinlich legte er sich bei dem hoch oder so. Aber das würde einiges erklären. Aber nein, was ich gerade sagen wollte, später braucht er ja gar kein Fernglas mehr. Dann kann seine Brille das ja sogar auf einmal. Ja. Wo das nie erklärt wurde. Ich sage dann Sugar Daddy Agassar. Wurde aber nie erklärt, wann er das da eingebaut hat, die Funktion in der Brille. Oder? Oder habe ich was verpasst? Vielleicht war das in irgendeinem Film. Hm. Ja, in den Filmen kann die Brille ja noch viel mehr. Es hat ja noch Panzerglas. Ja, es ist ein Sugar Daddy Agassar, dass wir den gebaut haben. Wir wissen es. Ja, was war jetzt das Megalustige? In dem Moment, wo er dann sagt, ja, die sind alle so Bonze und Sugar Daddy Agassar. Ach so. Das war nicht so lustig in dem Moment. Sebastian hat Sugar Daddy gesagt. Ja. Okay. Alles Bonzenkinder und das ist doch der Sugar Daddy Agassar. Und er macht doch alles für Konnen, für die besonderen Leistungen oder sowas. Wenn er ihm besondere Leistungen dafür gibt. Was der Sebastian für eine dreckige Fantasie hat. Ja. Das würde mir mal zu denken geben an deiner Stelle. Der weiter. Dann habe ich noch viele Zufälle, die zu zufällig sind. Ja, sie sind zufälligerweise da, kriegen das mit dem Schuss mit. Also, dass der Schuss, dass den keiner jetzt gehört hat, das kann ja passieren. Ich muss irgendwie lachen. Die haben ja wohl den Schuss nicht gehört. Dass das keiner gehört hat, kann ja sein. Die können ja im größten Kaff sonst wo sein. Aber dann gehen die da hoch und dann finden die den Taschenrechner unter irgendeinem Stein. Der Typ wird wahrscheinlich hardcore überfacht von den Leuten. Hörst du mich noch? Ja, ich hör dich noch. Tim? Ja, ich hör dich noch. Ah, weil es plötzlich gerauscht hat. Achso, vielleicht weil ich gerade Malzbier getrunken habe. Hast du das nicht eben gehört? Nee. Nee, das war wie, als hättest du die Dusche angemacht zum Rauschen. Nee, ich hab nur getrunken. Das wäre ein sehr lautes Trinken. Dann. Ja, also zufälligerweise haben sie diesen Taschenrechner gefunden. Was ja auch mit sehr viel Zufall sein kann. Der Polizist, der entführt wurde, hat zufälligerweise einen Taschenrechner dabei. Und er hat auch so viel Zeit, ohne überwacht zu werden. Damals, als die Leute noch keine Handys hatten, ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, einen Taschenrechner dabei zu haben. Nein, aber der wird von Leuten bewacht. Wahrscheinlich haben sie dem alles abgenommen, was er in den Taschen hatte. Außer wahrscheinlich seinen Taschenrechner. Und dann hatte er noch so viel Zeit, diese Zahlenkombination dort drauf einzugeben und den dann dort zu präparieren. Da waren doch drei oder vier Leute und keiner von denen hat mitgekriegt, dass er den Taschenrechner da hingelegt hat. Ja. Was für eine Verbrechenorganisation. Hast du eigentlich recht. Tja, unrealistisch geht gar nicht. Und besonders Taschenrechner, besonders alte Taschenrechner, ich weiß, er ist solarbetrieben, aber die gehen irgendwann mal aus. Und wenn die aus sind, dann geht das, was eingegeben wurde, verloren. Also da die Detective Boys über einen Fluss mussten, um dieses Gebäude dann auch noch hochzukommen, wäre der Taschenrechner schon längst aus gewesen. Aber die Sonne hat doch die ganze Zeit geschienen. Ja, aber wenn du ihn nicht benutzt, geht er trotzdem von selbst aus. Also ich habe ja von der Schule aus so einen Taschenrechner, der sich alles merkt, was man eingegeben hat. Jo, wie alt ist der? 2006 vielleicht, 2005. Wann wurde die Folge gemacht? Genau, wann kam die Folge dazu raus? Wann wurde die produziert? Gab es damals schon Taschenrechner, die das konnten? Bestimmt. Glaube ich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht haben wir ja irgendwelche Taschenrechner-Hersteller unter den Zuhörern, die sich da genau auskennen. Aber weißt du, was ich meine? Der muss sich ja dieses komische Rätsel ja selber ausgedacht haben, so schnell. Ja, also... Weil selbst wenn ich die Lösung weiß, weiß ich jetzt nicht im Kopf, welche Tasten ich drücken muss, damit genau das bei rumkommt. Ich habe es mir jetzt nicht notiert, aber eigentlich fand ich es auch unlogisch in dem Moment. Besonders, das ist ja eine Zahlenkombi von Wifi-Zahlen. Ich denke aber auch mal nicht, dass er das dann eingegeben hat, als er... Ja gut, dann wären wir wieder bei dem Punkt, dann hätte der Taschenrechner ausgehen müssen und alles wäre weg gewesen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Achso, und dann sagen sie ja, der Magoré hätte ihm nicht die Aufmerksamkeit geschenkt in dem Fall. Finde ich mal so gar nicht. Wenn er das nämlich nicht geglaubt hätte, wäre er gar nicht an den Tatort gekommen. Und er hat ja auch gesagt, er nimmt den Taschenrechner mit und gibt ihn zur Untersuchung, ja? Mhm. Und dann sagt Genta noch, der hört uns gar nicht richtig zu. Sonst hätte er das gar nicht gemacht. Undankbare Ropfgehörn. Dann... Was macht Rande eigentlich mit diesem Aquarium, was mitten auf dem Tisch steht? Danke. Das ist ja so deplatziert. Danke. Das ist so deplatziert wegen den Kabeln. Das steht mitten im Raum. Ja. Und dann braucht man ja mindestens zwei Kabel. Einmal für diese Sauerstoffdingen, was blubbert und das andere mal fürs Licht, ja? Das ist halt wirklich so... Das heißt, da müssen zwei Kabel quer durch den Raum führen, damit dieses Aquarium überhaupt läuft. Also die Fische sind die, die der Conn gefangen hat, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber warum steht das mitten im Raum? Ach so, dafür hat er die Fische gefangen. Ich habe gedacht, die wollen die essen. Siehste, jetzt macht das auch Sinn. Ja, habe ich auch am Anfang gedacht. Jetzt macht das auch Sinn. Und ich habe auch gedacht... Aber weißt du was? Jetzt hast du mal drauf geachtet, wie scheußlich dieses Aquarium animiert ist. Wirklich, die Fische, die stehen da einfach nur statisch mitten im Wasser. Als wären die gar nicht echt. Als wären das... Ja, wenn die schlafen, machen Fische es aber. Ja? Ja, aber die haben doch nicht alle gleichzeitig gepennt. Keine Ahnung. Warum nicht? Wenn es dunkel ist... Es war ja nicht dunkel. Es war ja nicht dunkel. Es ist halt echt so... Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum dieses Aquarium? Es ist eine Filler-Episode und zum ersten Mal... Und zum letzten Mal wahrscheinlich auch... Steht da dieses Aquarium bei denen auf dem Tisch in der Detektei. Und dann immer diese Szenen, wo sie halt wirklich wie dieser rosa Elefant im Raum... Sie gucken auf das blubbernde Aquarium und keiner sagt irgendein Wort dazu, warum da jetzt dieses Aquarium steht. Aber gut, jetzt wo du das gesagt hast mit den Fischen, jetzt macht es halt Sinn. Dann haben die halt dann extra... Aber ganz ehrlich, weil Conan eine Idee bekommen hat, mal eben ein paar Fische fangen zu gehen, kaufen die direkt ein Aquarium und stellen sich das dann so prominent ins Wohnzimmer. Ja, das ist ja nicht so teuer. Na gut, aber... Das war ja keine große Größe, das hat vielleicht 30 Euro gekostet. Wahrscheinlich wurden die trotzdem nur da drinnen gehalten, um sie irgendwann zu essen, weil die kamen... Wie gesagt, dieses Aquarium kommt ja nie mehr hervor. Ich hab mir auch schon überlegt, wahrscheinlich steht das dann oben bei denen in der Wohnung... Und die Wohnung sieht man ja jetzt gar nicht so oft. Wenn wir das nächste Mal die Wohnung sehen, müssen wir genau nach diesem Aquarium suchen. Ach Gott, als ob die auf sowas dann noch achten. Aus irgendeiner Filler-Folge. Aus irgendeiner Filler-Folge geht das Aquarium. Aber mich hat das gewundert, der Korn sitzt da, seinen komischen Dings am machen, der Korgoron ist sein Ding am lesen und die Rann sitzt da und starrt dieses Aquarium an. Und es blubbert vor sich hin. Wie viele Schluften saß die da und hat dieses Aquarium angestarrt? Also ich hätte was Besseres zu tun als Oberschülerin, als mich vor allem zu hocken und das ganze Zeit anzustarren. Naja, vor allen Dingen, wie gesagt, das muss ja dann ein Zeitpunkt gewesen sein, wo die Fische gepennt haben, weil die sich halt keinen Millimeter bewegt haben. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Die haben ja nicht mal was Spannendes gemacht. Sind die jetzt tot? Sind die jetzt tot oder leben sie noch? Oder sie hat für mich überlegt, wie könnt ihr sie zubereiten? Soll ich sie braten? Nee, das ist ein bisschen assi und dafür sind sie vielleicht zu klein. Frittieren, in dir Fritteuse schmeißen. Nee, da muss die Fritteuse rausholen. Vielleicht hat sie sowas überlegt. Backfisch. Ja, Backfisch zu machen. Oder räuchern. Dann hatte Sebastian noch einen Kommentar dazu ausgelassen, dass irgendwer hat doch gesagt gehabt zu ihm, du bist eine Koryphäe da drin. Ich glaube, die Rann hat gesagt gehabt, ruf mir Goree an. Und er fragt dann so, warum soll ich mir Goree anrufen? Und dann sagt derjenige, ja, weil du bist auch eine Koryphäe da drin. Und dann sagt der Sebastian, du richtig knallhart, ja, Polizei anzurufen. Du kannst nichts anderes außer Polizisten anrufen. Für nichts anderes bist du da, um die Leute durch die Gegend zu fahren. Ja, vor allen Dingen ergibt es halt auch keinen Sinn, weil Rann übernimmt den Part doch in Zukunft immer. Also. Ja. Ah, weißt du, was ich jetzt merke? Hm. Also in der Folge davor hatte sie ja die Charakterentwicklung, weißt du? Und da war sie zu überheblich und wurde dann so enttäuscht, dass sie sich wieder zurückentwickelt hat. Weißt du, was ich meine? Nein, die hat einfach zu sehr aufgemuckt und Kokoro hat dann irgendwann gedacht, boah, jetzt reicht es aber, Rann. Weißt du, immer dieses so, ah, Kokoro, ruf du doch mal, Megurei, Rann. Und nach zwei Folgen dann hintereinander, wo er das dann halt selber übernimmt, kommt er halt dann an und sagt, ey, Rann, also jetzt langsam mal, hier. Kannst du aber auch wieder. Solange du deine Füße unter meinen Tisch riefst. Rufst du auch die Polizei an, wann immer wir eine Leiche finden. Was halt wirklich jeden Tag passiert. Dann habe ich mich gefragt, das ist jetzt nur eine Frage, kein Logikfehler, der Polizist, der entführt wurde, hatte Urlaub. Jetzt stell dir mal rechtlich gesehen sofort, du wirst jetzt über deinen Urlaub entführt und genau am Ende deines Urlaubs wirst du wieder aufgefunden, dir geht's super, du wirst gerettet von einem kleinen Zweijährigen. Und dann sagt der Chef am nächsten Tag, jo, du hast zwar deinen Urlaub jetzt nicht gehabt, weil du entführt worden bist, musst morgen aber trotzdem wieder arbeiten, komm. Nee, ich glaube da... Ach man sowas rechtlich? Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, jeder aus menschlicher Sicht hätte dann eben nochmal so einen zusätzlichen... Es gibt ja Sonderurlaube. Ja. Weißt du, wann du Sonderurlaub kriegst? Hm. Sebastian kriegt einen Tag Sonderurlaub, wenn ich mein Kind kriege. Das ist der einzige Sonderurlaub, den man hier in Rheinland-Pfalz bekommt. Ich glaube, die Japaner werden dann auch nicht viel freizügiger damit sein, freigiebiger. Ja. Nee, aber nicht mal für deine Hochzeit kriegst du einen Sondertag Urlaub. Wie bescheuert, gell? Ja. Haben sie abgeschafft. Na gut, so oft wie manche Leute heiraten. Oh, ich bin mal wieder einen Tag frei, lass heiraten. Okay. Okay, kein Ding. Genau dasselbe. Aber er kann ja wahrscheinlich... Also ich glaube, wenn dir sowas passiert ist, so, dass du entführt wurdest, als Geisel genommen, also, naja, nicht wirklich als Geisel, aber der doch eigentlich ja auch, als dann der Polizeiheli kam, aber wenn jemand dich zwingt, einen Mord zu begehen, du bist ja unter so einem Druck, unter so einer emotionalen Belastung, da kann ich mir gut vorstellen, dass du dann auch eine Reha beantragen kannst, halt für die Psyche. Ja. Und was ich mich auch frage ist, hat jede Polizeistation Scharfschützen? Bestimmt. Also die in Tokio auf jeden Fall, es ist ja Hauptstadt. Ja, aber haben die in Berlin Scharfschützen bei der Polizei oder macht das nicht die Bundeswehr? Also, dass die Bundeswehr das hat, verstehe ich ja, aber warum hat denn ein Polizist, weißt du? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Besonders hat der Megure doch auch gesagt gehabt, ein Mann aus meiner Abteilung wurde entführt, wenn ich mich nicht irre. Und wenn der in der Mordkommission ist, warum soll der ein Scharfschützengewehr dabei haben? Für den Fall, dass der Mörder flieht oder was? Naja, ist doch eigentlich logisch. Ich meine, gerade wenn ich mit Mördern zu tun habe, die scheuen ja auch nicht davor zurück, auf Polizeibeamte loszugehen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist doch dann eine andere Abteilung. Aber das ist doch dann eine andere Abteilung dann. Wieso? Wenn du in der Mordkommission bist, dann bist du doch dafür da, den Toten und ja, okay. Ja, wenn du dem Täter auf die Schwäche kommst, kann es sein, dass er dich erschießt. Ja. Oder Geisel nimmt oder keine Ahnung was. Dann musst du ja auch jemanden haben, der den dann irgendwie wegsnipern kann im Notfall. Ja, auf jeden Fall, normale Polizisten mit Scharfschützenwehr. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn hier ein Scharfschütze gebraucht wird, dann wird er von der Bundeswehr geholt und es gibt nicht extra Polizisten, die Scharfschützenlehrer sind. Richtig. Dann habe ich als letzten Logikfehler noch aufgeschrieben, dass sich der Conan mit den Zähnen am Gurt festhält, während er im Helikopter ist. Ja, das gibt bestimmt zwar ein Auer hinterher. Also hier habe ich jetzt gerade mal gegoogelt, Präzisionsschützenkommando, PSK, sind Gruppen von speziell ausgebildeten Angehörigen von Spezialeinheiten der Polizeien der Bundesländer, die in die SEKs der Länder eingegliedert wurden. Auf Bundesebene wurde die Grenzschutzgruppe 9 der Bundespolizei aufgestellt, vormals Bundesgrenzschutz. Also es gibt solche. Ja, es gibt das doch. Ja. Okay. Also das mit dem Helikopter und Festhalten, das hätte man auch anders lösen können. Nicht mit den Zähnen, sondern irgendwie, dass er sich mit einer Hand festhält. Dafür braucht eine Hand Braurer ja nicht zum Schießen von einem Fußball. Stimmt eigentlich. Ach, lassen doch. Besonders, wenn er jetzt irgendwie gerüttelt hätte, der Helikopter wäre trotzdem rausgefallen, auch wenn er sich mit den Zähnen festhält. Na gut, er hat ja gesagt, es war windstill. Also. Nelst du was mal von meiner Seite? Hast du noch was? Ich habe eine ganze Menge. Also der Heisei-Express-Zug ist im Real Life der K-Sei-Express, genannt K-Sei-AE-Serie oder AE-Serie. Obwohl diese bereits 1993, wohlgemerkt, diese Folge wurde 1996 erst ausgestrahlt, durch die K-Sei-AE-100-Serie ersetzt wurden. Dödöm. Auf dem Taschenrechner steht, und das war das, was ich beim letzten Mal schon angedeutet hatte, Electronic Knackulator statt Calculator. Ich werde auch definitiv ein Screenshot einblenden an der Stelle, weil es ist einfach so krass falsch geschrieben. Also, falscher kann man das nicht schreiben. Englisch ist eine schwere Sprache für Japaner. Ganz offensichtlich. Also, geschrieben C-N-U, C-U, also dann Culator halt, ne? Aber C-N-U. Sprich das mal aus! C-N-U. Ja. Naja, und ja, das englische Wort für Taschenrechner ist eben Calculator, also die ersten drei Buchstaben haben sie voll verkackt. Dann Kokoro sagt in dieser Folge zum allerersten Mal seine Catchphrase, gekonnt ist gekonnt. Ausgerechnet in der Fillerfolge. Ist das nicht tragisch? Dann wir sehen Meguret zum allerersten Mal mit einer Schusswaffe, also wie er auch auf jemanden richtet, in dem Moment und so. Sieht man auch nicht so häufig. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt jemals wieder sieht. Ja, genau, über das Aquarium haben wir geredet. Dann hatte ich mir auch einfach nur aufgeschrieben WTF als Notiz. Hier ist dann nochmal mein Ich aus der Zukunft. Da muss ich nämlich gerade mal einhaken. Und zwar Folge 16, der Tote im Badezimmer, wurde erst eine Woche später ausgestrahlt. Also normalerweise hätte nach einer mörderischen Zahl die nächste Folge in Japan ja am 6. Mai ausgestrahlt werden müssen. Und am 5. Mai ist in Japan der Kodomo no Hi, also der Kindertag. Und warum jetzt genau am 6. Mai deswegen eine Conan-Folge ausgefallen ist, obwohl der Feiertag ja am Tag davor war, das erklärt euch jetzt mein Vergangenheits-Ich gemeinsam mit der Kim. Und dann ist mir auch gedämmert, warum eigentlich die Doppelfolge Mord bei Monshine, beziehungsweise einstündiges Special in Japan, warum das eben im Anime nicht während der Golden Week spielt, wie im Manga, weil er während der Golden Week anscheinend eh seine Pause ist bei Conan. If you know what I mean. Ja, ja. Guckt das ja keiner. Haben die ja im Anime vorverlegt und dann gesagt, dass da eben das Frühlingsfest gerade war, also Kirschblütenrausch in dem Dreh. Sowieso sollten wir vielleicht mal die Golden Week so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Lupe nehmen, ja. Ich meine, Zeit genug haben wir ja. Das ist ja eh nur ein unnötiger Filler, wo es nicht viel zu erzählen gibt. Also genau. Hier, gerade, ich habe es hier, die japanischen Feiertage sind der 29. April. Also genau der Tag ist eben der Showa no Hi. Deutsch Showa Tag. Ehemals Midori no Hi. Grüner Tag. Wobei hier jetzt nicht erklärt wird, was da genau gefeiert wird, aber ist ja auch wurscht. Was? Und den gibt es erst seit 2007. Aber der 6. Mai ist kein Feiertag. Da steht hier kein Grund, warum die Folge dann ausfiel. Ach doch, 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 doch. Zu beachten ist, dass der 6. Mai auch zu einem Feiertag werden kann, da in Japan ein Feiertag, der auf einen Sonntag fällt, am nächstfolgenden Werktag nachgeholt wird. Wie geil ist das denn? Das müssen Sie in Deutschland unbedingt auch einführen. Deshalb. Im Jahr 2009 war dies der Kempo Kinenbi. Am Sonntag, den 3. Mai, sodass der Mittwoch, 6. Mai, ebenfalls noch zur goldenen Woche gehört. Analog dazu wird auch der 30. April zum Feiertag, wenn, wie im Jahr 2012, der 29. April auf einen Sonntag fällt. Also der 3., 4. und 5. Mai sind auch alles Feiertage. Also haben wir hier irgendwo eine Angabe, wie lang die geht. Also ich glaube vom 29. April bis maximal 6. Mai halt dann, ne? Mhm. Und genau dazu habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, Conan müsste folglich kurz nach dieser Folge Geburtstag haben. Also spielt sie ein Jahr vor dem ersten Film, der auch in der Golden Week spielt. Wieso ein Jahr vorher? Ah ja, da geht es doch um Connens Geburtstag. Ja, ja, aber wieso kann das denn nicht jetzt direkt spielen? Nur weil der Film später herauskam, weißt du? Ja. Aber wahrscheinlich gibt es in dem Film auch irgendwelche Anhaltspunkte, die nicht zulassen, dass der jetzt schon an der Stelle kommt. Keine Ahnung, was weiß der nicht. Irgendwelche Conan-Erfindungen, die in dem Film vorkommen. Stimmt, der kann gar nicht an der Stelle kommen, weil der Gürtel von ihm ist noch nicht vorgekommen im Anime. Mit dem Ball? Nein. Nee, nicht Gürtel, ich meine Hosenträger. Naja, aber der kommt in den nächsten Folgen. Na und, ist doch egal. Trotzdem, macht keinen Sinn. Wenn die nächste Folge jetzt am 13. Mai spielt, dann muss ja der Geburtstag trotzdem dazwischen gewesen sein. Ja, schon. Ja, ist recht. Oh. Mehr habe ich jetzt sonst nichts an Anmerkungen? Da würde ich schon weitergehen zu dem Punkt, wer profitiert am meisten von der Tat? Ja. Ach, ist ja interessant. Sorry, ich bin jetzt gerade mal auf die englische Wikipedia-Seite zur Golden Week gegangen. Genau, hier steht auch 29. April bis 3. oder 6. Mai, je nachdem. Die wird übrigens Oogon Shukan genannt in Japan. Achso, hier ist sogar so ein kleiner Corona-Abschnitt, dass der Tokio-Governor Yuriko Koike die Leute dazu aufgefordert hat, nicht zu verreisen an der Golden Week. Wegen der Infektion. Haben sie dann extra umbenannt in Stay-Home-Week. Für das hier ja dann. Ja. Und die ging dann vom 25. April bis 6. Mai. Und der Governor von Osaka, was ist eigentlich der Governor? Ist das Bürgermeister? I don't know. Ja, ja, ich glaube schon. Hirufumi Yoshimura hat eben angekündigt, dass die Schulen vom 7. Mai bis 8. Mai geschlossen sein werden. Und alle Businesses. Was sagt man dazu auf Deutsch? Geschäft. Na, auf jeden Fall sind die auch dazu angehalten worden, die Urlaubszeit bis zum 11. Mai zu verlängern in der Kansai-Region. Es gibt auch eine Silver Week. Es gibt auch eine Bronze Week. Die ist dann im September. Ja, das sind dann, weil so viele Feiertage am Stück sind vermutlich. Mhm. Der dritte Montag vom September, der 23. und der Tag dazwischen. Interesting. 23. Der 22. Und der... Es gibt auch eine Golden Week in China. Und die Golden Week in China ist komischerweise im Januar und Februar. Okay. Naja, egal. Sorry, ich bin abgeschweift. Zu wissen. Wer profitiert am meisten? Wenn man Urlaub machen sollte oder nicht. Ach so, ja. Wer profitiert am meisten? Ich würde sagen, die Detective Boys, weil sie dann... Ihren Ruf wiederherstellen konnten. ...wagenommen werden von der Polizei. Also ernst genommen werden von der Polizei. Also ich habe mir aufgeschrieben, natürlich der Polizist und seine Freundin, die gerettet werden konnten. Ja, aber wenn die Tat nicht gewesen wäre, wären die gar nicht erfüllt worden. Ja, die Tat kam mir gar nicht zustande, dadurch, dass sie gerettet werden konnten, weil sonst wäre er zu einem Mord gezwungen worden. Ja, aber wer profitiert von der Tat? Selbst wenn sie durchgeführt worden wäre, vielleicht, dass er seinen Urlaub verlängert bekommt. Wir gehen doch immer von dem Endzustand aus. Also wer am Ende des Tages, so wie der Fall sich zugetragen hat, eben am meisten profitiert hat davon. Nee, ich dachte generell von dem Fall. Wenn der Fall so ist, wie er ist, dass sie gerettet werden, jo. Kuiichi Yamabe, hieß der Polizist. Hier steht es gerade im Conan-Wiki. Und dem seine Freundin hieß Eri. Genau wie die Mutter von Ran. Das habe ich aber keinem aufgefahren. Stimmt im Döhm. Ja. Und auch, glaube ich, gar nicht gesagt, oder? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wo die Angabe her ist. Auf jeden Fall finde ich schon, dass die beiden am meisten profitieren davon. Aber das jetzt ausklammert, die Tat an sich. Na, sonst halt echt nur die Detective Boys. Megurair vielleicht noch ein bisschen. Warum? Ja, weil sein Ansehen dann natürlich steigt, wenn er so einen Fall eben lösen konnte mit Helikopter und allem drum und dran. Ich hatte später Ärger gekriegt, warum man einen Helikopter holen lässt für so einen Popfall. Also, nee. Also, ganz ehrlich, wenn da ein Polizeiangestellter entführt wird, ich glaube, dass die Polizei das verdammt ernst nimmt. Dass es bei denen höchste Priorität hat, so was. Naja, Fallauflösung auch als Nicht-Japaner möglich und befriedigend, soweit. Und als Bewertung habe ich... Nee, da bin ich erst mal auf deine Bewertung gespannt. Wieder eine 3. Haut mich nicht vom Hocker. War ein Fehler. Ich habe eins aufgeschrieben. Echt? Es ist für mich persönlich, war es immer schon... Ach so, eins ist schlecht. Okay. Ja, ja, ja. Ich habe eben gedacht, eins war so gut. Ach, deshalb bewertest du die die ganze Zeit so... Nein, 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 nein. Dann wärst du ja trotzdem bittig. Ja, also ich habe mir eins aufgeschrieben, weil ich fand die als Kind schon scheiße, die Folge. Ich finde die total langweilig. Die brauchen viel zu lange, um auf die Lösung zu kommen. Weil so schwer finde ich das gar nicht, einfach mal den Taschenrechner umzudrehen und die Zahlen als Buchstaben zu lesen. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist ja eigentlich gar nicht mal so abwegig jetzt. Also, die brauchen wahnsinnig lange, um auf die Fallaufklärung zu kommen und haben ja immer wieder irgendwelche Trugschlüsse, die weiter hergeholt sind als die tatsächliche Lösung, bescheuerterweise. Und ja, ich fand dadurch, wirkte die Folge sehr langatmig. Und klar, am Ende haben wir natürlich so einen kleinen Schlagabtausch mit den Entführern, was eigentlich ganz cool ist, ein bisschen Action und so. Aber im Großen und Ganzen war das für mich schon als Kind eigentlich voll die öde Gammelfolge. Ich muss sagen, jetzt, wo ich sie nochmal geguckt habe, so mit diesem analytischen Blick, fand ich sie ein bisschen besser. Aber ich finde, wie gesagt, das ist halt die erste irrelevante Folge in dem ganzen Anime. Und ja, die zweite Filler-Folge insgesamt. Und ja, es gibt definitiv sehr viel bessere Filler. Bessere, ja. Also ich finde, die ist im Fillers-Spektrum relativ weit unten. Vielleicht ist das sogar die schlechteste Folge der kompletten ersten Staffel. Denn da gibt es schlechtere. Ja, vielleicht so zum Ende hin, aber so gerade so unter den ersten 50 Folgen, finde ich, ist das definitiv die schlechteste. Fällt mir jetzt keine ein, die schlechter war. Next Conans Hint ist ein Anrufbeantworter. Und damit wären wir durch, ne? Und damit geht es dann eben jetzt weiter mit Folge 16. Also gebt euch Next Conans Hint und dann sind wir gleich wieder für euch da. Oh. So, dann gehe ich auf Aufnahme beenden. Das ist eine Tasche. Next Conans Hint Ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt nichts über die letzte Szene von der zweiten Folge gesagt habe. Weißt du, woran... Das sind die Töne. Ja, woran doch Conan fragt, was denn eigentlich jetzt die Abschiedsbotschaft gewesen ist von Seiji Aso. Hatte ich, glaube ich, gar nichts zu gesagt, oder? Glaub nicht. Auf jeden Fall wollte ich nur nochmal anmerken und dazu sagen, dass ich das immer mega emotional finde, diesen Moment, wo dann diese Töne nochmal abgespielt werden. Und man hört das voll, wenn du jetzt was trinkst, gell? Just saying. Nee, nee. Gar nicht wahr. Nee. Schuhe mein Stroh an, gleich. Also jedes Mal bekomme ich Pippi in den Augen, wenn du diese Töne nochmal hörst und dann eingeblendet wird. Vielen Dank, mein kleiner Detektiv. Mich würde ja interessieren, ob das wirklich stimmt. Also, ob die Töne wirklich dann das ergeben. Aber eigentlich ist der Gojo ja so detailvernarrt, dass das bestimmt so ist. Da hat er jetzt auch nicht den Einfluss drauf, wenn das der Anime macht, ne? Ach, ich denke schon. Ja, der denkt schon so, oh, falsch gespielt. Irgendwann. Ja gut, ich meine, da müsste man halt wissen, wie das auf Japanisch steht. Jetzt in der tausendsten Folge. Aber ich glaube... In der tausendsten Folge wird es bestimmt geändert. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, auf Japanisch müsste das ja dann sowas heißen wie Arigato, was weiß ich, Chisana Tante oder so. Keine Ahnung. Ja, müsste ja eigentlich. Müsste ich mal gucken. Weil dann müsste man ja eigentlich, also ich meine, nur dann müsste man einfach die Buchstaben mal. Manchmal, wenn ich mit dem Uwe bin, der hat ja da so ein Keyboard, klebe ich einfach mal aus Spaß die ganzen Buchstaben drauf und dann spiele ich das mal nach. Oder es gibt doch bestimmt so Online... Online-Klaviere gibt es doch auch. Da können wir uns auch ausprobieren. Naja. Ja. Back to topic. weil wir es ja eben gerade vor paar Minuten von Folge 15 eine mörderische Zahl hatten. Und zwar habe ich ja diese Episodentitel-Einblendungen aus jeder Folge immer rausgeschnitten, um die in unserem Podcast immer einblenden zu können. Und dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Folge man einen einzigen Frame drin hat, wo man... Den kann ich auch jetzt an der Stelle einblenden. Wo man den japanischen Episodentitel noch sieht. Wie das halt überblendet in diesen blauen Himmel. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also da war ein Frame, den sie vergessen haben zu entfernen. Und... Das machen die Sau oft bei irgendwelchen Animes. Das ist auch bei Domi. Ganz oft. In der Folge, wo dann plötzlich irgendein Bild aufblitzt und du denkst so, what, was war das? Und dann spulst du ihn zurück, machst du dann echt so Frame für Frame und dann kommt irgendein Bild von einer ganz anderen Folge. Achso, und dann habe ich mir noch notiert, hatte ich dir auch die Tage gesagt, eigentlich ist das so voll die Gewaltkette, was da immer abgeht bei Conan. So ranverschlägt übrigens ihren Vater und ihr Vater gibt die Gewalt an Conan weiter. Wobei sie ja in den nächsten Folgen gar nicht so gewalttätig sind. Doch. Aus irgendeinem Grund. Doch. Also ich habe mir bei vier Verdächtige und ein Todesfall habe ich mir direkt wieder aufgeschrieben, Kokoromis handelt mal wieder, Conan. Ja, das war es aber auch. Okay. Ran macht nichts kaputt. Ran ruft nur die Bullen. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass es tatsächlich in der japanischen Fassung von Conan einen Hinweis gegeben hat. Also auf die Folge, mörderische Zahl, also in der Folge davor, Masamis Armbanduhr ganz am Schluss, sagt er, wir stellen beim nächsten Mal eure Sichtweise auf den Kopf, was ja schon so ein sehr entscheidender Hinweis war, zusammen mit das Next Condensant der Taschenrechner war, einfach den Taschenrechner auf den Kopf zu stellen. Also eigentlich haben sie schon so richtig die Lösung vorweggenommen. Ach so. Ja, aber du musst die Schubladen ja nicht umdrehen. Den Taschenrechner. Ich rede immer noch von der Folge davor. Ach so, ja. Ja, Masamis Armbanduhr Bla, ja. Nee, 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 nee. Eine mörderische Zahl mit dem Code auf dem Taschenrechner. Ja, 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 ja. Ich weiß das. Ja. Ja, und den musste man ja umdrehen und dann hat man das lesen können und das wurde quasi eigentlich auch schon alles in der japanischen Fassung gespoilert, wie man das löst. Genau, und dann habe ich mir noch notiert, warum haben Conan und Heiji nie Handschuhe dabei? Mal so ganz generell. Es ist mir jetzt aufgefallen, ich habe jetzt endlich meine DVD, die Fälle der Shirley Homes hier, ja. Und ich finde, so Wegwerfhandschuhe sind so ziemlich das absolute Basic-Werkzeug für den Detektiv, aber stattdessen laufen die immer rum und benutzen ihr Taschentuch, um irgendwelche Indizien aufzuheben oder Beweisstücke sich anzugucken. Wo ich mir denke, wie unbeständlich. Das kann man waschen. Handschuhe nicht. Ich hätte, glaube ich, an Conan Stelle sowieso immer eine Box mit Wegwerfhandschuhen dabei. So oft wie der... Dann machen die immer dann machen die immer so diese sexy Pose, wenn sie sich dann die Handschuhe anziehen und mit den Zähnen so nachziehen, nach unten. Oder hätte sich ja schon längst von Agassar so ein Armreif oder sowas bauen lassen können, wo man einfach dann drauf tippt und zack, hast du einen Handschuh an. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Das sieht dann aus wie so der Megaring von Pokémon, weil es da so ein volles Oschi-Vier und dann drückt er dann auf den Knopf drauf und dann kommt er so Glitzer, Klimmer und dann so ein Handschuh raus. Und der ist dann in neon pink. Wieso? Weil die doch immer so abartige Dinge machen. Folge 16 Der Tote im Badezimmer Original-Titel Mord mit einer verschwundenen Leiche. In Japan ist die Folge zum ersten Mal am 13. Mai 1996 ausgestrahlt worden und in Deutschland am 1. Mai 2002, was mich direkt mal hat aufhorschen lassen, wo ich mir gedacht habe, so hä, 1. Mai ist so ein Feiertag. Aber anscheinend hatte RTL 2 trotzdem nochmal sein Programm gesendet an dem Tag. Ist der 1. Mai auch überall ein Feiertag? Das ist natürlich auch noch so eine Frage. Ja, keine Ahnung. Soll ich es nachgucken? 1. Mai Feiertag? Ich gucke es gerade nach. Okay. Dafür sind ja auch ganz oft, haben die so ein Sonderprogramm an Tagen, die bei uns in Rheinland-Pfalz gar keine Feiertage sind, wo ich mich dann immer wundere. Naja, auf jeden Fall habe ich mir notiert. Und es weiter gesetzlicher Feiertag? Nee, haben alle frei. Na, ist echt merkwürdig. Ja. Naja, glauben wir mal dem Conan-Wiki. Nicht, dass das jetzt eine verlässliche Quelle noch ist, nach dem, was uns davor passiert ist, aber ja. Ich will jetzt nicht so viel abbeschen. Auf jeden Fall habe ich mir notiert, der Eyecatcher kommt in der Folge, als Conan bewusst wird, dass er auf dem Holzweg war. Dann blendet es in der deutschen Fassung zu schwarz aus, das Bild. Und dann käme halt der Eyecatcher. Und danach sieht man, wie Conan den Baum runterrutscht und dann halt eben da diese Mülltonne holt, vor das Fenster tut und dann drauf springt und durch das Fenster nochmal guckt. Oder reinklettert sogar. Irgendwie so. Der Fall ist nur im Manga-Handlungsrele... Ah nee, Moment mal. Ich muss erst mal die Episodenbeschreibung vorlesen. Ich vergesse sie jedes Mal und du erinnerst mich auch nicht dran. Ja, ich muss mir mal so eine Checkliste schreiben. Und dann immer so räuchst du wenn du was vergisst. Okay, also Folge 16 Der Tote im Badezimmer Auf der Suche nach einer verschwundenen Katze sehen die Detective Boys durch ein Badezimmerfenster eine blutverschmierte Leiche. Inspektor Meguray, der sofort eine Hausdurchsuchung anordnet, findet im Haus aber keinen Toten. In dem Haus wohnt ein eigenartiger Mann, Herr Kazuyoshi Tanaka. Er ist unfreundlich und legt sich während der Hausdurchsuchung sofort ins Bett. Kurz darauf erscheint sein jüngerer Bruder Tomofumi Tanaka. Der scheint netter und gibt bereitwillig Auskunft. Bestehen bleibt die Frage, sind die Kinder einer Halluzination aufgesessen oder gab es wirklich einen Toten Mann im Badezimmer? Und dann habe ich mir aufgeschrieben, der Fall ist nur im Manga handlungsrelevant, da die Detective Boys gegründet werden und ihre Mikroremitte erhalten. Im Anime ist beides bereits in früheren Folgen geschehen. Ja, dann Unterschiede zum Manga. Das ist der insgesamt 16. Kriminalfall im Manga und zufälligerweise ist das ja auch die gleiche Nummer wie die Episode halt. Also ist ja bei uns Folge 16. Aber man muss halt dazu sagen, dass ja in Japan das die 15. Folge ist, weil da ist ja jetzt durch Mord beim Mondschein eine andere Episodenzählung als bei uns. Deshalb ist das halt wirklich nur ein Zufall. Ich finde das eh später schwierig mit der Episodenzählung. Inwiefern? Später weicht das ja extrem ab, weil dann kommen wir noch öfters. Ja. Wir haben dann nochmal ein einstündiges Special und dann ist das ja dann extrem abweichend. Also alleine in der ersten Staffel haben wir noch ein einstündiges und sogar noch ein zweistündiges Special. Ne, warte mal. Da kommen sogar noch zwei einstündige und ein zweistündiges Special. Alleine in Staffel 1. Naja, wir werden da ja noch hinkommen. Auf jeden Fall ist der Fall in Band 6 Fall 6 bis 8. Boah, ich habe jetzt ja auch Fall gesagt. Also halt das sechste bis achte Kapitel in Band 6. Und im Manga ist halt auch noch so ein Prolog, der halt im Anime komplett gar nicht vorkommt. Also im Manga fängt es halt damit an, dass sich herausstellt, dass Conan mit Genta und den anderen gewettet hat, dass er ihnen alles bastelt, was sie wollen, wenn sie ihn in der Spielhalle, ich denke mal in so einem Prügelspiel, besiegen. Er hat sie unterschätzt und verloren und ihnen von Agassar dann eben die Detektivabzeichen herstellen lassen, also die Mikro-Rimiter, die er ihnen in der Schule überreicht. Hier hat Professor Agassar ihnen den Namen Detective Boys gegeben, da das halt dann auf den Abzeichen draufsteht. Und sie haben das dann einfach so für sich als Namen übernommen. Und was ich halt daran interessant finde, ich hab mir das mal so durch den Kopf gehen lassen, das ist ja eigentlich auch die Erklärung dafür, warum Ayumi geschlechtermäßig außen vor ist, weil zu diesem Zeitpunkt sind sich Agassar und die Detective Boys noch nie begegnet. Also wer kennt Genta Mitsuhiko und Ayumi ja noch gar nicht? Also er kann ja gar nicht wissen, dass in dieser Gruppe von Conan auch ein Mädchen dabei ist. Vielleicht hat er automatisch gedacht, das sind wahrscheinlich alles nur Jungs und deswegen Detective Boys. You know what I mean? Ja. Irgendwann mal fängt zumindest ein Manga an, die Ayumi auch ständig zu sagen, wenn die sich vorstellen, wie sind die Detective Boys? Dann sagt sie dann noch hinten dran Und Girls! Nee, sie sagt nur Und Girls, so als wäre sie das einzige Mädchen. Das finde ich dann auch wieder merkwürdig, aber okay. Er wusste also vielleicht gar nicht, dass sein Mädchen zur Gruppe gehört. Im Anime war es der Genta, der sich den Namen ausgesucht hat. Auch hier könnte man das quasi damit erklären. Der hat halt nur so seine Grundschul- Englischkenntnisse. Wundert mich dann eigentlich eh, dass ein Sechsjähriger überhaupt das englische Wort für Detektiv kennen soll. Das ist ja auch schon kein so gebräuchliches Wort, gerade für Japaner. Also bei uns ist es ja klar, bei uns ist es ja fast dasselbe Wort wie im Englischen. Aber in Japanisch heißt es ja Tantei und von Tantei kommt man ja nicht so einfach auf Detective. Deswegen. Ja, ich frage mich jetzt gerade, als das so richtig angefangen hat mit in der Schule Englisch haben. War bei uns. Ich glaube, dieses Ganze kam, wo ich in der vierten Klasse war. Bei mir in der dritten. Und da war es so dieses typische, ach, wir probieren mal aus, ob Englisch überhaupt, also wie das denn bei den Kindern ankommt. Da haben wir so Larifari-Englisch gemacht. Also nicht so wirklich Unterricht, sondern nur so ein bisschen, weißt du, so wir singen englische Lieder und übersetzen die dann auf Deutsch, weißt du, so, weil da bin ich ein Bock mit. So war es von mir in der dritten Klasse. Ein Vokabeltest im Jahr geschrieben, wo man schreiben konnte, wenn man Lust drauf hatte. Natürlich hat den keiner mitgeschrieben. Ja, nee, deswegen. Was ist das dann in Japan? Haben die das schon seit längerem, dass die da immer in den Grundschulen Englisch lernen? Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Also ich habe da überhaupt keine Ahnung. Comic-Kratek, danke. Oder du kannst es ja gerade mal googeln, in der Zeit, in der ich hier weiter vorlese. Ja, mal gucken, ob ich spontan was finde. Since when, nee, keine Ahnung. Gib einfach irgendwas ein. Du findest schon irgendwas. Wann lernen Japaner Englisch oder sowas? Ich geh einfach mal bei Google. Ab welcher Klasse? Also ja, das finde ich halt ein bisschen weird, dass Genta so komplizierte englische Wörter überhaupt kennen soll. Und da kann es ja auch sein, dass er vielleicht nur das englische Wort Boys kannte, aber nicht Girls. Was weiß ich. Irgendwie lässt sich das schon erklären, auch wenn es halt trotzdem irgendwie komisch bleibt. Naja, auf jeden Fall sofort machen die Detective Boys eine Lautsprecherdurchsage, dass sie ein Detektivclub sind und wo man sie eben findet und wann. Danach kriegen sie von einem Lehrer auf den Deckel. Genta träumt davon, reich zu werden, Ayumi davon als berühmte Lady-Detektivin Autogramme zu geben und Mitsuhiko davon von Interpol ausgezeichnet zu werden. Conan bereut daraufhin, ihnen die Abzeichen gegeben zu haben. Ich habe sogar schon ein Ergebnis gefunden. Was denn? Mit den ersten Kontakten zwischen Japan und dem Westen um das Jahr 1600 herum beginnt auch die englischsprachige Ausbildung im Land. Heute haben fast alle High School-Absolventen in Japan sechs Jahre Englischunterricht durchlaufen und trotzdem sprechen sie kaum Englisch. Also schon sehr lang. Dann fangen die bestimmt auch in der ersten Klasse an mit. Nee. Nein, 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 nein. Ist nicht? Sechs Jahre. Drei Jahre Mittelschule, drei Jahre High School. Die fangen erst in der Mittelschule an. Also so heißt, der kann noch gar kein Englisch können? Eben. In der Grundschule haben die dann also gar keinen Englischunterricht. Ist Genta schlauer als er aussieht? Wohl kaum. Obwohl sie ihm im Anime anscheinend, aber da komme ich gleich noch drauf zurück, im Anime machen sie ihn gerne mal schlauer als im Manga. Warum auch immer. Naja, auf jeden Fall. Im Anime fehlt der komplette Prolog, wie gesagt. Genta hatte sich den Namen ausgedacht und die Abzeichen hatten sie da auch schon vorher, aber einfach so bekommen, also ohne irgendwie einen Anlass. Und dennoch reden sie halt ganz am Anfang der Folge über die Abzeichen, als wäre das jetzt immer noch so total neu und das erste Mal und so. Weißt du, wie ich meine? Dann sagen sie so, ja, wir haben jetzt diese coolen Detektiv-Abzeichen und die sagen mir, ja, voll der geile Sticker. Wow, voll der Sticker. Dann habe ich mir notiert, im Manga macht sich Genta frustriert das Abzeichen ab und will zocken gehen. Der steht dann auf und so, yo, lass daddeln gehen. So daddeln auch so voll das veraltete Wort, sagt kein Mensch mehr. Also Genta macht sich im Manga halt nur das Abzeichen ab und will zocken gehen. Im Anime will der das sogar davonschleudern. Also er holt ja richtig aus, wo ich mir auch so gedacht habe, boah Junge, chill mal deine Nuggets. Wie undankbar der ist. Ja. Dann im Manga, der Junge mit vermisster Katze bleibt namenlos. Im Anime erkennt Genta ihn sofort als Hiroki aus der Parallelklasse. Im Manga hat, und das, was ich eben angedeutet habe, dass Genta im Anime irgendwie schlauer dargestellt wird. Im Manga hat Ayumi die Idee, den Mikro-Rimiter an den Hörer zu halten, damit Megure das Geständnis des Täters hört. Und im Anime wurden quasi die Rollen von den beiden vertauscht. Also da führt Genta das Telefonat an. Ne, warte mal. Im Manga führt Genta das Telefonat und Ayumi meint dann auf einmal, gib mir mal den Hörer und hält den Mikro-Rimiter da dran. Im Anime ist es umgekehrt, da führt... Habe ich das jetzt zueinander gebracht? Ayumi hat das Gespräch im... Warte mal, wer hat nochmal mit Megure telefoniert im Anime? Ich bin gerade um hier raus. Ich glaube Genta. Genta und Ayumi hat es dran gehalten. Ich bin aber echt nicht sicher. Hä? Ich bin gerade irgendwie voll raus. Oh Mann. Warte mal, gerade... Ich muss mir die Stelle jetzt einfach nochmal im Anime angucken. Ayumi hat definitiv nicht mit dem telefoniert. Dann muss es Genta gewesen sein. Ne, tatsächlich. Also Genta hat erst mit Megure telefoniert und später sieht man Ayumi, wie sie halt so voll am weinen ist, während sie mit Megure telefoniert. Und da kommt Genta mit dem Mikro-Rimiter und hält den an den Hörer. Im Anime. Und im Manga war es nämlich so, dass Genta mit dem telefoniert hat und dann sagt nämlich Ayumi, auf einmal Genta, gib mir den Hörer und sie hält dann den Mikro-Rimiter an das Telefon. Wodurch eben Megure das Geständnis dann hört. Also die Rollen wurden doch vertauscht. Ich war jetzt nur verwirrt, weil im Anime man erst Genta mit dem Telefon sieht und später Ayumi. Ja. Im Manga ist es die ganze Zeit Ayumi. Ne, Quatsch. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Im Manga ist es die ganze Zeit Genta. So. Und dann kommt eben Ayumi mit dem Mikro-Rimiter an. Meine Fresse, das ist kompliziert hier. Genau. Also im Manga ist es Ayumis Idee gewesen, im Anime war es Gentas Idee. Sag nochmal einer, die Detective Boys wären unnütz. Dann habe ich mir aufgeschrieben, im Manga das Motiv des Täters wurde geändert. Also ein bisschen. Es gibt Überschneidungen, also dieser ganze Teil mit dem Erpressen und Schmarotzen und so ist gleich. Aber im Manga ist es so, dass Tomo Fumi wohl vorhatte, demnächst zu heiraten und deshalb seinen Bruder dann eben loswerden wollte. Im Anime hingegen rastet der dann so richtig aus und wird so voll batshit crazy. So. Und dann kommt halt raus, dass er eigentlich irgendwie schon so fast schon incestuous in seinen Bruder verliebt ist und so wie er sein will und ihn voll verehrt und seinen Platz einnehmen will. So fand ich sau creepy. Ja, das war im Manga gar nicht so. Und dann hat er sich ja sogar noch den Bart wieder angeklebt, während er Conan gejagt hat, um halt wieder wie sein Bruder auszusehen. Und dann kam halt auch in so einem Flashback, hat man halt im Anime auch gesehen, dass Kazuyoshi wohl ein preisgekrönter Schriftsteller gewesen ist, bevor er dann eben zum arbeitslosen Schmarotzer wurde. Und mich hat die ganze Szene so ein bisschen an The Shining erinnert, ehrlich gesagt, im Anime. Ich habe The Shining nie gesehen. Achso, da gibt es ja auch so eine Szene, wo der Vater dann mega durchdreht und mit so einer Axt den Sohn jagt und ich glaube, seine Frau auch. Kann mich jetzt auch nicht so gut an The Shining erinnern, aber daran hat mich das irgendwie erinnert. Naja, dann auf jeden Fall im Manga verletzt sich Conan bei dem K.O.-Schuss selbst am Fuß. Also der tritt ja voll gegen diesen Ranma ein Halb lässt grüßen, gegen diesen Teekessel. Ja. Und da tut er sich dann selber den Fuß weh im Manga bei. Logischerweise ist ja auch ein harter Gegenstand, sonst kickt er ja immer nur Fußbälle, die ja auch nachgeben. Was machst du da? Ich habe den Ton lauter gemacht von dir. Achso, das ist ja gerade so komisch geklackert. Ja, und dann habe ich mir aufgeschrieben, im Anime ist es halt gar nicht so, ganz im Gegenteil. Also nachdem er Tomofumi ausknockt, herrscht im Anime absolute Stille, bis das Ending einsetzt. Das ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, also die Szene hat irgendwie einen ganz anderen Effekt dadurch. ist halt so, vorher die ganze Zeit eben sein Gezeter und Geschreie und Psycho und so und auf einmal dann wumm, er fliegt um und es ist halt wirklich absolute Stille. Selbst die Hintergrundmusik hört auf an der Stelle und dann guckt Conan halt einfach nur irgendwie ernst und dann Ending. So. Finde ich irgendwie episch. Hä? Hast du schon recht. Ja, ist irgendwie im Anime ein bisschen epischer als im Manga, wo das dann wieder so Comedy-mäßig aufgelöst wird und er sich dann erstmal seinen schmerzenden Fuß hält. Ach so, und im Manga ist mal wieder die Gewaltdarstellung expliziter als im Anime. Also, Connens Schuss bricht Tomofumi wirklich die Nase. Also, der blutet halt dann auch übelst aus der Nase und hat dann später, wenn er von der Polizei abgeführt wird, auch so ein Pflaster auf der Nase kleben. Ich denke mal, die ist dann wirklich gebrochen und hat sogar einen Zahn verloren und im Anime sah das ja total harmlos aus. Also, der lag dann da bewusst los, hat so einen kleinen Abdruck gehabt auf der Nase, aber nicht geblutet und hat halt auch keinen Zahn verloren. Also, im Manga blutet der wirklich wie eine abgestochene Sau. Ja, der Manga ist eh viel blutiger als der Anime. Unterschiede zur japanischen Fassung habe ich mir nur einen aufgeschrieben, vielleicht gibt es mehrere, keine Ahnung, aber das war die eine Sache, die ich nachgeguckt habe und zwar ganz am Anfang von der Folge sagt Mitsuhiko, die Detective Boys ohne Klienten sind wie Fische ohne Fahrräder oder wie das Sprichwort heißt und in der japanischen Fassung sagt er halt einfach nur, wenn niemand Hilfe braucht, können die Detective Boys auch nichts machen. Da hat dann wieder irgendein Übersetzer gemeint, er muss witzig sein beim Dialogbuch und hat Mitsuhiko da so einen Unsinn in den Mund gelegt. Logikfehler. Soll ich anfangen, oder willst du? Ich habe, glaube ich, genug geredet erst mal. Okay. Ich kann den einen Punkt von mir nicht mehr lesen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Vielleicht komme ich ja nochmal drauf, so wie das letzte Mal auch. Also erst mal das mit dem, dass sie gesagt hat, es ist ein Sticker. Dann als zweites habe ich aufgeschrieben, dieser Typ, der seine Katze sucht, er beauftragt die Detective Boys, die Katze zu suchen, ist aber immer dabei. Dann hätte er sie auch einfach selber und alleine suchen gehen können. Dann ist die Katze blutüberströmt und kommt aus einem Fenster raus. Warum ist das Fenster überhaupt auf? Also der hat seinen Bruder umgebracht und hat dann das Blut weggewischt und alles Weitere und das aufgelassen zum Lüften, oder was? Mach ich auch immer, wenn ich mein blutiges Bad sauber mache, nachdem ich meinen Mann abgestochen habe, tue ich immer das Fenster auflassen zum Lüften. Vielleicht trocken es dann schnell. Wegen dem Blutgeruch und so. Wahrscheinlich. Und ja, wo ist die blutige Katze hin? Wo ist die blutige Katze hin? Megore kommt und sagt, äh, ihr habt mich verarscht. Zeigt dem die blutige Katze, verdammt nochmal. Oh, hast du eigentlich voll recht. Aber vielleicht hat die sich... der Junge war da auch plötzlich weg. Ja, ja, aber vielleicht hat die sich in den 15 Minuten noch geputzt oder so. Oder der Junge ist direkt mit der Katze heim. Jo, klar. Und hat sie dann daheim geputzt. Oh mein Gott, Junge, warum hast du eine blutige Katze dabei? Oh, nein, es gibt einen bestimmten Grund, warum Conan ihn nicht aufhalten musste. Weil eigentlich hätte Inspektor Megore, und das habe ich mir als Logikfehler notiert, hätte er eigentlich mal einen Test mit Luminol machen können in dem Bad. Weißt du, da hätte es ja überall eine Luminolreaktion geben müssen. Ja, selbst wenn er genug sauber gemacht hätte. Der Junge hatte mindestens seine Katze auf dem Arm. Das heißt, wenn da frisches Blut drauf ist, jetzt mal ohne Scheiß, die Katze war jetzt da drin. Wieso ist dem Typen nicht aufgefallen, dass da die Katze drin ist? Weißt du, so, la la la, ich habe meinen Bruder gerade abgestochen, la la la, oh, eine Katze, ha, komm, wälze ich nochmal schön im Blut rum, hm, geil, ja, jetzt hat es abgestochen. Was ist das? Und ja, die Katze ist weg. Ich hätte gleich gesagt gehabt, ey, Megore, ey, da war der Typ mit seiner Katze, ich weiß auch, wo der wohnt, und dem seine Katze war voller Blut. In 15 Minuten hat die sich nicht so sauber gemacht, dass das komplette Blut weg ist. Und wie gesagt, an dem Jungen, der hat ja seine Katze festgehalten, glaube ich, da müsste ja dann auch Blut an den seinen Klamotten sein, wo er dann festgestellt werden kann, dass das Blut von dem Bruder ist oder halt von irgendeinem Typen, der abgestochen wurde. Also eigentlich, das ist wieder so einer von diesen Folgen oder Fällen, die einfach sauber keinen Sinn ergeben. Weil auch egal, wie sehr der dieses Bart sauber gewischt hat, eine Luminolreaktion hätte es so oder so gegeben. Das ist nachweisbar. Das kannst du nicht so wegbekommen, dass es nicht mehr nachweisbar ist. Ja. Was habe ich denn da geschrieben? Ach so. Ich habe jetzt noch aufgeschrieben gehabt, für die Mordkommission wählen sie die vier. Wahrscheinlich die vier Kinder, weißt du, die dürfen da dann auch mit durchs Haus laufen und dann so Spuren suchen, gehen, weißt du so, wow, Survival-Training. Wenn du mal in der Mordkommission bist, dann darfst du auch mal hier überall spielen. Guck, Junge, da könnten Hinweise sein. Zieh keine Handschuhe an, wenn du diese Vase jetzt anfasst. Oh, du hast die kaputt gemacht. Naja, nicht schlimm, sie war ja nicht viel wert. Haha. Ich habe die Kinder heimgeschickt. Na ja, gut, die Kinder, aber die Kinder waren ja die Augenzeugen. Also. Ja, aber selbst wenn sie die Augenzeugen sind, wenn da jetzt ein Typ gestorben ist, nehme ich die nicht mit ins Haus und lasse sie die komplette Bude von ihm durchgucken. Naja. Auf jeden Fall, Gentas Nase sieht im Manga ständig anders aus, ist mir aufgefallen. Also gerade bei dem Fall. Mal hat er so voll die Knollnase, dann hat er wieder so eine Schweinchen-Nase, also so mit der Nasenspitze so nach oben, dass man die Nasenlöcher sieht. Also da konnte sich Gushu irgendwie auch nicht entscheiden, wie dann die Nase jetzt eigentlich aussehen soll. Es wechselt da irgendwie permanent in dem Fall. Und im Anime habe ich auch so einen ähnlichen Fehler gefunden. Als Hiroki sich an die Detective Boys wendet, hat Mitsuhiko so voll die Schockaugen. Weißt du, immer wenn die eine Leiche sehen oder irgendwie voll geschockt sind, dann siehst du ja auch das Blaue von den Augen. Und sonst, normalerweise siehst du ja bei Mitsuhiko und Genta nur zwei schwarze Punkte. Und in dem Moment, wo halt der Hiroki da ist, dann hat Mitsuhiko halt diese Schockaugen, diese blauen mit dem schwarzen Punkt in der Mitte. Obwohl ja noch gar nichts Schockiges passiert ist. Und im Manga bezeichnet sich Mitsuhiko, als sie sich da eben bei ihrer Durchsage der ganzen Schule vorstellen, als nihilistischer Elite-Detektiv. Wo ich mir halt auch gedacht habe, das ist doch jetzt wieder nur irgendein Fremdwort. random eingestreut, um intelligent zu wirken, wo er gar nicht wusste, was das überhaupt bedeutet. Ja, wahrscheinlich. Weil nihilistisch bedeutet ja, dass man alle positiven Zielsetzungen, ideale Werte und Normen bedingungslos ablehnt. Und das passt ja gar nicht auf ihn. Unsinn. Jupp. Das kannst du, glaube ich, auch. Sieht. Aber ich kann den einen Satz nicht mehr lesen, Mann. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, ordentlich dazu schreiben, wenn ich sowas aufschreibe. Das sind immer dieses, ach, ich schreibe es mir auf. Naja, bis wir das aufnehmen, das merke ich mir schon. So schlecht ist es gar nicht geschrieben. Und jetzt sitze ich hier und denke mir so, was steht da? Ja, Platzbeil würde ich erleben. Platz. Beil. Platzbeil. Ich kann das Wort nicht mehr lesen. Oh Mann. Ah ja, und was ich ja eben schon angeschnitten hatte, dass Ayumi die Mikroremiter in der deutschen Fassung als Sticker bezeichnet. Das sind keine Sticker. Eiligen wir uns darauf. Das sind keine Sticker. Tomofumi sagt an einer Stelle, hier sind keine toten Leichen in meinem Badezimmer. Tote Leichen ist doppelt gemoppelt. Zwei Zwillinge. Das sagt man halt einfach nicht. Oh mein Gott. Das ist wie bei Scary Movie. Er ist tot wieder aufgewacht. Ja. Kannst nicht tot wieder aufwachen. Ich habe jetzt noch zwei Punkte. Also eigentlich drei, aber den einen kann ich ja nicht mehr lesen. Das eine ist, der Typ rennt Conan hinterher und will ihn einfach umbringen und er hat noch gediegen Zeit, seine Schuhe anzuziehen, bevor er aus dem Fenster wieder abhaut. Er setzt sich noch so gediegen hin ins Bad, zieht seine Schuhe wieder an und dann wundert er sich, dass er vom Bruder eingeholt wird, da er ihn umbringen möchte. Ja, aber das musste er ja tun. Das war ja wie seine Waffe zu laden quasi. Ich hätte die Schuhe genommen, ich hätte die Schuhe genommen, wäre aus dem Fenster gesprungen, wäre fortgelaufen, hätte sie mir wann anders angezogen. Ach so. Du bist am Fliegen, Mann. Das erinnert mich ein bisschen an Professor Leighton. Hey Leighton, das Gebäude stützt ein. Wir müssen erst ein Rätsel lösen. Das war immer so in dem Spiel, immer. Wir müssen das und das während der Zeit schaffen. Wenn die Sonne untergeht, ist die Welt untergegangen. Nee, wir müssen leider erst noch fünf Rätsel lösen. Zu rein im Rätsel, die mir gerade einfallen. By the way, ich frage mich, warum es solche Detektiv-Layton-Games, also in dem Stil halt gar nicht von Conan gibt. Da gibt es ja wirklich nur dieses eine für die Wii, wo du einen einzigen Mordfall löst und Ende. Aber da könntest du auch so im Style von Ace Attorney oder sowas, könnten sie doch auch mal ein Conan-Game machen, wo du wirklich ganz viele Fälle am Stück hast. Oder alle Anime-Fälle, die es jemals gab am Stück, für irgendeinen, der noch nicht alle Anime-Folgen geguckt hat. Nein. Das wäre grausam. Naja, auf jeden Fall habe ich mir als Anmerkung noch aufgeschrieben, alle Sachen, die ich eh schon gesagt habe. Ich habe noch aufgeschrieben, mit wie viel Polizeiautos kommen die eigentlich? Nachdem das ja mit den Mikro-Remittern war, dann kommen die mit sechs oder acht Autos angefahren. Hallo? Erst habt ihr den gar nicht geklappt und dann kommt die hier mit dem Großkommando aufgefahren. Als wäre das so ein Hardcore-Terrorist, der anfängt jetzt gleich sich in die Luft zu sprengen. Waren das alle Logikfehler? Ja. Naja, dann Verbrechen der Protagonisten. Verbrechen der Protagonisten. Ja, keins. Doch. Ach so, Einbruch. Also wenn du eine Leiche durchs Fenster siehst, dann finde ich, ist das zählt. Das sind für mich nicht mehr unter Hausfrieden. Ja, aber sie haben das Grundstück betreten. Das ist ja dann schon. Ja gut, Hausfrieden wurde es nicht. Naja, doch. Sondern betreten. Ja. Schwierig. Also ich würde es jetzt nicht so sehen, weil der Zweck heiligt die Mittel. Also wenn es halt ist, um einen Fall aufzuklären. Und es hat ja wirklich ein Mord stattgefunden. Es war keine Halluzination. Verbuche ich das nicht als Straftat, ehrlich gesagt. Also, naja, egal. Ich hatte mir aber notiert, im Manga gab es tatsächlich ein Verbrechen. Ich finde das voll krass, dass der Lehrer einfach die Detective Boys verschlägt. Also ich meine, auch wenn sie da die Durchsage gemacht haben, ohne halt vorher zu fragen, um Erlaubnis. Hallo, es sind Erstklässler. Du gehst doch nicht hin und haust so kleinen süßen Erstklässlern, Ayumi vor allen Dingen, so auf dem Hinterkopf, dass die eine Beule kriegen. Voll grausam. Als Lehrer sowieso nicht. Was haben die in Japan eigentlich für komische Lehrer, dass die im Jahr 2000, na gut, das war im Jahr 1996, sorry, dass die im Jahr 1996 noch, was weiß ich, oder 1994 noch mit Kreide geworfen haben und ihre Schüler übelst verboxt haben. Geht gar nicht so was. Das sind Erziehungsmaßnahmen gewesen. Ja, du siehst ja auch wirklich in japanischen Serien auch immer, es ist halt voll normal, dass die Japaner ihrem Kind mal eine Ohrfeige geben oder so. Und das finde ich halt auch irgendwie voll, weiß ich nicht. Ich hoffe, da ändert sich mal was im Denken der Japaner. Wer profitiert am meisten von der Tat? Die Detective Boys, weil sie so ihren Respekt bekommen gegenüber der Polizei. Das ist doch auch so der Grundstein, dass die dann auch denen das glauben, wenn die denen was erzählen, weißt du? Ja, naja. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, die Fallauflösung ist auch als Nicht-Japaner möglich und befriedigend. Und ich weiß gar nicht mehr, wie war eigentlich noch mal der Trick mit der Fernbedienung? Weißt du das noch? Nee. Warum war das überhaupt mit der Fernbedienung? Der hat es ja hingekriegt, dass der den Fernseher ausgemacht hat, obwohl er tot war. Ja. Aber wie er das gemacht hat? Wurde das überhaupt gesagt in der Folge? Lass mal ganz ehrlich, ich meine, ich habe ja den Mann ja nie... Hä? Nee, hat er nicht den Fernseher ausgemacht? Der ist doch hin, hat gesagt, du schaust immer, wenn du doch schläfst, dann mach doch wenigstens den Fernseher aus. Ach so. Und dann ist er ausgegangen und er ist dann gegangen. Ist dann schnell raus. Stimmt. Ah, und die Sache mit dem Fernseher ist auch leicht. Sie brauchten lediglich den Videorekorder auf eine bestimmte Zeit einzustellen, damit dieser automatisch ausschaltet. Ihre kleine Scharade haben sie dann zeitlich darauf abgestimmt. Ach so. Na gut, wenn Conan das sagt. Oder war... Conan das sagt. Dann wird das so sein. Dann habe ich noch zur Namensaussprache notiert, dass sie wieder maskierter Jaiba statt Carmen Jaiba sagen. Und by the way, heißt es im Original Hyper Golden Cards. Und sie sagen Super Duper Gold Karten dazu. In der deutschen Fassung. Bewertung. Wir zwei. Echt so schlecht? Ja. Also wenn schon mal... Ich fand es so dull. Also wenn schon mal ein Täter so durchdreht, kriegt das von mir direkt eine 4. Ich fand das cool. Müsste öfters mal so psychisch gestörte Täter bei Conan geben, die halt so richtig... So richtig... Wie soll ich das sagen? Die halt so vollkommen die Fassung verlieren. Das fand ich halt mal ganz interessant so zur Abwechslung mal. Sonst immer so, ja, ich habe voll die guten Gründe gehabt und da war es halt einfach hey, ich will er sein. Ja. Ich meine... Das ist wenigstens ein richtiges Mordmotiv, ja? Nicht so wie mit Kleiderbügel zu werfen. Ich wollte gerade sagen. Das ist auch so geil. Irgendwann erreichen wir den Punkt, wo es in den Fillerfolgen zumindest als Mordmotiv ausreicht. Die hat mich mal mit dem Kleiderbügel abgeworfen. Ich musste sie umbringen. Ich hatte keine andere Wahl. Und du siehst halt auch einfach, wie sie das gar nicht mit Absicht gemacht hat, sondern ihr das irgendwie aus der Hand gerutscht ist und sie dann auch so entsetzt guckt in dem Moment. Aber nein. Sie hat mich aus Versehen mit dem Kleiderbügel abgeschmissen. Sie musste sterben. Next Conans Hint sind Kratzer auf der Kommode. Kratzer auf der Kommode. Verdammt. Damit wären wir dann auch schon am Ende angekommen, oder? Hast du noch irgendwas zu der Folge zu sagen? Nee. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Und beim nächsten Mal am 13. März erwarten euch dann Folge 17 4 Verdächtige und einen Todesfall und Folge 18 eine Nacht im Kaufhaus. Darauf könnt ihr euch dann schon mal freuen. Bis dann. Sag doch auch mal Tschüss. Kim? Ja? Ich hab Tschüss gesagt. Zweimal. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss. Steht halt so im Manga. Ach, fuck. Ich muss grad sagen, im Anime hat er das nicht gesagt. Fuck, ich muss hier meine Tabs stumm schalten. Sonst hab ich die ganze Zeit die WhatsApp-Sounds hier drin, von WhatsApp Web. Weil wieder irgendeine Missgeburt irgendwas schreibt. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen der Uwe, direkt wieder gelöscht. Fuck you, Missgeburt. Oh. Ich schneid das alles raus. Okay, ich trinke mal grad was. Ach, ich auch. Ne, wir jetzt eh rausschneiden. So. Ein bisschen noch mal furzen und kacken und kotzen und pulzen. Ja, genau. Schneide ich dann ans Ende vom Video. So wie das letzte Mal. Oh, ein Trailer für den neuen Good Zillafel. Okay. Ich hab grad gefurzt, hab extra das Mikro für einen Moment ausgeschaltet und jetzt stinke ich mich hier grad zu Tode. Ach so. Der Schuss ging nach hinten los. Was sind das Wort?